Willkommen in Moskau. Wow, cool, Alarm. Eins, zwei, drei. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und das Militär ist hin. Unmöglich visuellen Kontakt herzustellen. Die Opferzahlen sind dramatisch. Das ist nicht nur in Moskau passiert. New York, Paris, Tokio, alle melden unsichtbare Angreifer. Die haben einen Plan. Die können uns sehen. Aber wir sie nicht. Was wollen die hier? Energie, Elektrizität. Oh mein Gott. Durch Elektrizität werden sie sichtbar. Alarmanlagen. Los, los! Wir schlagen zurück. Töte es! Darkest Hour. Demnächst nur im Kino. In vielen Kinos in 3D digital. Ich bin Emil Hirsch, hier am Set von Darkest Hour in Moskau. In Moskau zu drehen war eine großartige Herausforderung. Ein tolles Abenteuer. Wir haben mitten auf dem Roten Platz gedreht, während die Sonne unterging. Das war wirklich beeindruckend. Willkommen in Moskau. Cool, Alarm. Eins, zwei, drei. Nein! So etwas haben wir noch nie gesehen. Und das Militär fehlt. Unmöglich visuellen Kontakt herzustellen. Moskau spielt eine große Rolle im Film. Es ist total einzigartig. Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die dieser gleicht. Das ist nicht nur in Moskau passiert. New York, Paris, Tokio. Alle melden unsichtbare Angreifer. Die haben einen Plan. Wenn die fremden Wesen die Menschen angreifen, schreddern sie sie. Sie zerstören unsere Energie, davon ernähren sie sich. Die können uns sehen, aber wir sie nicht. Da ist dieses Horror-Element, mit dem die fremden Wesen auftauchen. Geht rein! Sie haben den Polizeiwagen aufleuchten lassen. Durch Elektrizität werden sie sichtbar. Sie beginnen im Laufe der Geschichte mehr und mehr über die fremde Intelligenz zu lernen. Was wollen die hier? Energie, Elektrizität. Oh mein Gott! Und schließlich verwenden sie die Glühbirnen als Alarmsignal, wenn die fremde Intelligenz kommt. Los, los! Sie haben diese Mikrowellenwaffe gebaut, um damit die Schutzschilde der Wesen zu zerstören. Tötet! John weiß, dass er Risiken eingehen muss, wenn er überleben will. Die erschlagen zurück. Da ist diese unglaubliche Spannung. Wie kommen sie aus Moskau raus? Lauf! Der Film hat jede Menge Munition und Explosionen und es wird sich wie ein Abenteuer an einem sehr fremden Ort anfühlen. John! John! Untertitelung des ZDF, 2020